Auf geht's! Heute sitzen wir heute viele Leute. Ich bin der Shifter. Okay, wessen Rolle klau ich mir? Wessen Rolle klau ich mir? Klau ich mir? Klau ich mir? Ich muss halt auch aufpassen, ne? Wenn ich mir den Falschen klaue, dann bin ich tot. Bleib ja weg von mir, thanks. Can't touch me. Can't touch me. Er ist tot. Can't touch me. Das ist jemand, hat Kunran getötet, egal wer es war. Du bist böse. Ja, Kunran war Wade, das hat er letzte Runde gesagt. Oh, nee, der lag nicht schon länger. Wo denn? Er war unten an electrical. Ich bin aber Urlaub bereits, sag. Merkwürdig. Nee, leider nicht. War doch. Leider nicht. Ich hab noch so gegengepiekt. Er war schon thing. Do something. Lebst du noch? Also Franzi und ich waren die ganze Zeit oben links in der Vault und Franzi wollte ihren Umhang an mein Geweih hängen. Das wollte ich aber nicht. Ich kann euch sagen, ich war ins Cockpit gelaufen, da hat Julie relativ früh Angst bekommen. Ist schnell weggelaufen und ist ein Knobi aus der Tasche gefallen. Dann hab ich auf Admin-Table geguckt und hab unten zwei gesehen und auf einmal waren wir zu dritt im Admin-Raum und dann war er oben im Vault. Ja, einer ist gewendet, glaub ich. Und dann war mir halt klar, da unten wird ne Leiche liegt. Und dann bin ich da hingegangen. Aber warte mal, wenn ihr sagt, ihr wart im Vault, Franzi und ich waren von Anfang an der Runde im Vault. Also wir haben die nie verlassen. Kann ja auch nicht rausgekommen sein, die Person. Kann ja auch im Band geblieben sein. Aha. Wo ist der Kill passiert? Unten links an Line. Also für den Kill kann ich zwei Leute rausnehmen dann. Same. Wex und Divi waren bei mir. Wanderl. Ja Maxi, schade, ne? Ähm, ne, Julie hat mich gesehen. Achso. Äh, 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 Gibi war am kochen. Äh, wieso wird ne Maxi gefrontelt? Ich hab auch noch kein Alibi. Julie müssen wir einen Blick drauf haben. Julie ist nicht Medic, nicht Jackal. Äh, äh, äh. Aber? Weiß ich nicht. Julie, Julie hat mir nämlich heute erzählt, dass wenn sie Medic ist, die mir mein Schild gibt. Hab keins bekommen. Also Medic ist sie nicht. Ja. Psychic bin ich nicht, das heißt ich nicht Jackal. Maxi, wenn du den Geldbeutel, außer wenn du mein Geweih hängst, sag ich nichts. Nächste Runde dann. Ich hab, glaub ich, gefühlt jetzt gegen Ende vor allem niemanden gesehen. Smilla, aus. Tschuldigung. Maxi tauscht deinen Geldbeutel gegen mein Ei aus und wir sind quit. Skipp jetzt. Wenn dein Geldbeutel außer wenn er meinem Geweih hängt. War's doch gerade in der Schatzkammer, Nefi. Dann hab ich das Geld doch gerade her. Impostor-Mater. Ja, ich sag nix, wo du das herrst. Die Bion wechseln's nicht. Oh. Oh. Guck mal, nur weil er so ne Diebes mit sich auf hat. Nee. Wait, aber die letzten zwei sahen so komisch aus beim Reifahren. Ja. Wer hat da gerade Maxi gefrontet? Das könnte Impostor sein und Maid ist mit drauf gegangen. So, so, so n Ding. Aber ich weiß grad nicht, wer Maxi gefrontet hat. Scheiße. Maxi sieht schlecht für dich aus. Jesus. War ne männliche Stimme. Shit. Warne. 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 Alles geklant, mit Nephi zu shiften? Ich glaube. Null. Vier. Eins. Easy. Ich bin mal nicht bei den Scheitern gestorben. Aber es ist ein absolutes Wunder. War hier nicht irgendwo... Der Müll? Da ist der Müll. Ey. Der ging so an. Müll. Also Nephi sieht mir sehr safe aus. Der macht hier dieselben Quests wie ich. Heiligsblechle. Nein! Ich wusste es! Was? Ich war gerade noch mit Vex in der Küche gewesen. Dann sind die Türen zugegangen in der Küche, als ich hoch zu Weapons gegangen bin. Ich wollte gerade unten links reingehen. Da war Vex als letztes. Jetzt muss er da tot liegen. In der Küche? Ne, links von der Küche. In der Küche, die wir gefunden haben, einer böse ist, weil zwei Leichen liegen nebeneinander. Maxi und Mino sind diejenigen, die als Anfang tot waren. So ein Jackal-Imposter-Rache-Kill. Ich glaube, einer killt A und dann der andere böse O. Ja. Ich glaube, Nephi ist safe, safe. Safe, safe, safe. So. Ich glaube, Dalu ist böse. Ich glaube, das ist nicht richtig. Warum glaubst du das? Dalu lief zweimal mir vorbei, hat nichts gemacht. Ich weiß nicht. Wir hatten ein ziemlich wildes Spiel im Gap Room. Ippi kommt rüber, Maxi fährt rüber, ich fahr rüber, alles easy. Nichts passiert. Ähm. Ich hab grad, ich war rechts unten, neben Lifelines links, hab das Zahlenrätsel gemacht. Und da kam unter anderem mal Holler vorbei, Items kam vorbei, am Ende Dalu. Als ich fertig war, hab ich auf Lifelines drei Leichen gesehen. Ja, Holler habe ich auch die ganze Zeit. Ne, wir haben gefühlt die selben Christen zusammengefunden. Mino und Maxi. Okay. Und Vex ist wohl der frischeste. Ne, Vex. Ich dachte, Vex wär eigentlich grad eben Records gewesen. Also Maxi liegt auf nem Wenn und Mino am Kristall. Dann wird Maxi der Rache-Kill gewesen sein. Oder der Kill, dass er gesehen hat, dass er böse ist. Also Items meinte doch, Vex war grad noch lebendig in der Küche. Ne, er ist links unten gewesen. Vex und ich haben uns ungefähr bei Security, als wir von Electric weggegangen sind, wo ich dich gesehen habe, ist Vex mir entgegen gekommen. Als dann ist in dem Moment das Licht ausgegangen. Wir sind beide nach links gelaufen. Wirklich zeitgleich den gleichen Weg. Haben Licht gefixt. Er hat Licht angemacht gehabt. Ich bin nach rechts gelaufen. Er hat, glaube ich, sein Upload gemacht. Er müsste da unten links irgendwo liegen. Es wächst nicht der Böse. Also oben links im Kristallraum. Okay, dann guck ich mir jetzt mal an. Ja, kannst du machen. Hey. Ich bin jetzt kurz auf K und versteckt. Nefis, tut mir leid. Okay. Und nochmal. Nur, dass Nebel schon mal weiß, was da passiert ist. Fuck. Oh, das ist nicht gut. Wo ist Nefi? Ich muss Nefi beschützen. Ich muss Nefi beschützen. Ich muss Nefi beschützen. Ah, das ist nicht gut. Spy-Clown ist nicht gut. Scheiße. Ich opfer mich für die Crew. Ähm, und zwar, entweder ich werde jetzt geguessed. Äh, ich bin Crewmate. Und ich war vorher aber arsonist. Und ich habe jetzt 0 von 13 Tars. Ich dachte, ich sag das lieber, weil wir schon vier Tote haben. Und wir nicht wissen, wer jetzt böse war und wer nicht. Okay, du hast deine Rolle verloren. Nefi, dein Grund ist ein anderer. Okay. Das ist ein anderer. Ja. Hast du jetzt ein Problem? Ich weiß, ich hab ein Problem. Was denn? Ähm. Jetzt schicke ich gar nichts mehr. Ähm. Jetzt müsst ihr auch erklären. Nein, guck mal nicht. Ne, wir haben Probleme. Äh. Aber Nefi und ich sind safe so. Ich hab auch nicht so ein Problem gerade. Aber wenn ihr es nicht verratet, müssen wir denken, dass ihr beide böse seid. Nein, Holland schweckt sich jetzt selber. Ja. Ja. Ne, auf jeden Fall wollte ich das halt sagen. Ich hab 0 von 13 Tars. Ich war vorher arsonist. Ich wurde erased. Und wie fühlst du dich dabei? Ich fühl mich sehr leer irgendwie. Sehr ehrlich von dir. Ich hab gerade schon eine geile Runde. Ja. Mhm. Mhm. Und Franzi lacht auch nicht. Also ist sie nicht böse. Also wenn es einen Gäser gibt, haben wir eh verloren. Wenn, dann könnte der dich jetzt auf ... Ja, dann könnte er mich gessen und Nefi gessen. Also das wär ... Und Franzi auch anscheinend. Ja. Ja, dann machen wir ihn. Wir haben auch immer zu kühlen. Aber wenn wir einen Eraser gehabt haben ... Ja, den haben wir ja. Ja, den haben wir ja. Ja, den haben wir ja. Weil Tars ... Tars wird halt jetzt ... Also ... Den wird schwierig. Ja. Dann lass uns dich töten, dann kannst du schneller einen Tars machen. Wir würden halt auf 7 reduzieren. Und als Geist bist du schneller, wenn du nicht dann den Zaps voll liefst. Aber es ist immer noch Franzi, die den Geist spielt. Also die Geschwindigkeit ist trotzdem langsamer als jemand, der normale Tars macht. Ja, wir haben noch Vex dabei. Also sie würden nicht langsamer als Vex sein. Ich bin dafür, wir kicken einen Faus. Na, Vex hat immer noch die Möglichkeit, dass das Ding ist. Ich bin auch dafür, dass wir mich kicken. Hm. Finde ich gute Idee. Ich hab Angst vor dem, was jetzt passiert. Ich skipp mal. Ich hab Angst. Ich hab jetzt schon ... Ich hab jetzt schon ... Ich hab geskippt. Ich guck nicht hin, ich guck nicht hin, ich guck nicht hin, ich guck nicht hin. Ich guck nicht hin. Warum jetzt Items? Dios Sucker! Items ist es nicht. Oh, was. Ich guck nicht hin. Ich seh nicht, was passiert. Was? Er isst es nicht. Ja, doch. Das war ein faules Spiel. Okay. Ich kann mir vorstellen, dass Items böse war. Hm. Ah, das ist ja jetzt sehr zu schwierig. Einem ist das so ein Troll, ne? Mann, ich hab da gar keine. Äh, Fleisch. Fleisch, Tomate, Fleisch. Come on, das ist doch wie bei Burger King. Da legen die die genauso schön zusammen. Mann. Arbeitsmoral hier. Ich hab meinen Download immer noch nicht gemacht. Scheiße. Nefi, lebst du noch? Nefi! Nefis, tut mir leid. Okay, Nefi war's. Nefi hat Links gemacht. Oh nein, Gipi ist tot. Und ich kann mir denken, wer es ist. Es ist Divi. Ein Safe Report. Nee. Es ist Divi. Denn Divi war mit mir in Electrical. Sie ist nach links weggegangen und links liegt Gipi. Uff, das ist aber ewig her. Ich bin oben am Button. Also. Äh, Divi, du bist gerade eben hier gecrossed in Electric. Gerade eben? Hm. Nein. Also wirklich nicht. Aha. Das war am Anfang der Runde, dass ich da in Electrical war. Ne, ne, ne. Das war gerade eben. Nein, wirklich nicht. Doch. Nein. Ich bin gerade am linken Button. Ich habe auch Holla gerade gesehen. Die hat mich auch gesehen. Ja. Ja, dann bist du schnell hochgedübt. Franzi hat den linken Button gemacht. Ja. Und Nefi den rechten. Das ist korrekt. Also für mich ist es Divi, wenn Dalu jetzt nicht auf Divi geht, dann glaube ich, dass es auch Dalu ist. Deswegen interessiert mich, was er sagt. Ich glaube, Dalu hat das AFK, oder? Stimmt, der war weg. Ja. Scheiße. Und es macht auch irgendwie Holla verdächtig, weil Holla, ganz am Anfang hat sie gesagt, es ist safe für dich. Ja, versuch's. Versuch's. Ich habe gesagt, es ist safe. Nefi nicht. Und ich habe gesagt, Divi ist es nicht. Ich kann sagen, für den ersten Kill habe ich Divi rausgenommen, ja. Wir waren zu dritt. Weil wir zu dritt am Wäsche kopieren. Also Franzi ist es nicht. Holla ist es nicht. Ich bin es nicht. Richtig. Ich bin es auch nicht. Divi kann ich nur für den ersten Kill saveen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich muss aber auch sagen, Divi ist nach links weggegangen und dann liegt da jetzt eine Leiche. Also es sieht für mich natürlich so aus, als wäre es Divi gewesen. Ja. Ich war, wie gesagt, ganz am Anfang der Runde halt da. Ne, das war relativ am Ende jetzt. Ne. Es hört sich ja doch so ein bisschen nach Bait und auf Divi schieben an. Mich kribbelt es aber auch so ein bisschen irgendwie. Ich weiß nicht. Also wie gesagt, ich bin gerade beim linken Button. Ich bin gerade beim linken Button. Holla hat mich gerade noch gesehen. Leute, ich bin wieder da. Wurde ich das Mordes beschuldigt? Ja. Ja. Von wem? Mich interessiert deine Meinung zu Divi. Es ist Divi. Es ist Divi. Nein. Ihr müsst jetzt auf Divi gehen, sonst haben wir verloren. Nein. Ich bin fast fertig für meinen Tag. Ich bin fast fertig für meinen Tag. Ja, ich auch. Dann sind hier alle böse. Dann sind alle. Es ist Divi. Ich glaube nicht. Nein. Wer hat mich das Mordes beschuldigt? Julie. Ach du, okay. Dann... Danu und oder Divi. Danu und oder Divi. Danu und oder Divi. Wobei Danu war afk. Ja. Ich glaube, Jekyll müsste zu 100% drin sein. Aber Jekyll... Also dadurch, dass wir einen Dreifachkill in der einen Runde hatten, sollte der raus sein. Also entweder der Jekyll ist raus oder einer der Imposter. Es ist halt die Frage, ob ein Sidekick existiert. Divi und oder Danu. Franzi ist safe. Nefi ist safe. Ich bin safe. Das ist safe. Safe, 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 safe. Den safe haben wir übrigens diese Runde auch schon geknackt. So safe ist es. Und jetzt... Eins, fünf, vier, acht, sieben. Eins, fünf, vier, acht, sieben... Die Vifranzi oben. Bin immer noch nicht umgefallen, das heißt kein Vampir. Dann laufe ich immer zu Lifelines, gucke ob jemand Toad ist. Nefi ist safe, alles cool. Ah, wo geht's denn hier rüber? Oh, Dalu. Franz ist tot. Swadivi. Ich weiß nicht, wo Franz hin ist, links oder rechts. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Aber der Speedrun von Franzi ist insane. Hast du das? Franzi hat's gemacht. Ja, das war Franzi. Nefi, wie bist du da hingekommen? Ich dachte, du warst der Böse. Ich bin gelaufen. Du und Holla sind die Leiter hochgeklettert in Electric, oder? Nein, ich bin nach links. Divi hat Franzi getödelt, oder? Divi hat Franzi getödelt. Ich war frei ursprünglich und deswegen hatte Holla ein Problem. Ich habe mich gewundert, dass Holla bis zum Ende überlebt hat. Ja. Aber Nefi, warum gehst du denn mit allen Bösen? Also ich wusste, hatte ein eindeutiges Zeichen. Nein. Hab ich überhaupt nicht. Divi hat gesagt, wenn du dich nicht dazu äußerst und jetzt nicht bekommst, dass du im Kabel bist. Ach so, ach so. Ja, das wäre doch als Jester mir das voll witzig gewesen. Ja. Dalu hat gekillt, er tut nur im Kabel. Ich wollte wissen, ob ihr im selben Team seid. Ich habe schon gespürt, dass du auch böse bist. Divi, ich hatte schon mal im Stream gesagt, schlüsst du mir zu, Divi, dass du es nicht warst. Er war auf dem Kabel, Juli. Doch, wie du am Anfang geredet hast, habe ich das rausgehört. Da war ich Crew. Er ist ehrlich, er war zeitlich erst. Ich habe nichts getan, ich habe nur leicht gefunden. Also, als Franzi tot war, jetzt am Schluss wusste ich, dass es Divi ist und jetzt noch gerade in Vault Dalu erwischt, der da auf einmal drinnen stand. Naja, da bist du rausgegangen. Oh, guck mal, da haben wir die Tür mal zu. Was machst du denn? Ich sag dazu, dass du böse bist. Ich wollte schon schreien zum Buttonrennen, aber dann waren die Tasks fertig. Gras, wie schnell auf einmal die Tasks ging, ne? Ja.